Liebe Kunden und Interessenten, unser gesamtes Dausch Hallenteam wünscht Ihnen ein gutes, gesundes neues Jahr. Ich möchte Ihnen unser Familienunternehmen vorstellen. Mein Name ist Sandra Glöckler und ich leite in zweiter Generation die Firma Dausch Hallen, die mein Vater 1994 gegründet hat. Seit Anfang des Jahres verstärkt mein Bruder Martin Dausch unser Familienunternehmen. Auch in Zukunft möchten wir für Sie unsere Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit unter Beweis stellen. Durch die individuelle Konzeption der Gebäude erhalten unsere Kunden einen echten finanziellen und effizienten Vorteil. Flexibel reagieren wir auf verschiedenste Anforderungen Ihres Bauvorhabens. Wir halten unser Wort und begleiten Sie sicher durch Ihr Projekt. Ich freue mich auf die Bauaufgaben 2021. Auf Ihr Projekt, auf Ihre Dausch Halle. Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße aus dem Allgäu.